so freunde ich mache jetzt hier ein turbo trade ich habe den stunden chart offen gbp usd wir haben ein pfeil nach oben wir sind im bullpower kraft in die karte auf dem weg nach oben und kurzzeitig fünf bis 15 minuten eben war m1 auch noch hier unten ein pfeil nach oben und ja wir folgen jetzt einfach mal unserem signal bullpower signal im m5 sieht das ja auch so aus wir folgen im trend wir haben luft bis nach oben bis zum pivot punkt und bis zum bis zur kanal begrenzung unser bullpower kanal bis zur bis zu dieser range dieser blauen range bis dahin ja wollen wir das halten momentum sieht auch gut aus sind hier gerade minimal gefallen sollte sich gleich wieder ändern und wir kaufen jetzt 10 lots bei so ich bin hier bei pepperstone gestarten mit minus 150 zucker spread einstieg war nicht optimal sollte aber gleich wieder steigen also was ein krasses moment um in den nächsten fünf minuten ist gerade alles gestiegen wir sind bei 1800 euro profit 1900 mit dem bullpower signal nach oben das steigt ohne ende werden unser ziel erreicht deswegen verkaufen wir unseren trade schnell ansicht terminal hier 1800 plus jetzt scheint es überhaupt man muss hier schnell sein ich verkaufe das jetzt hier mit 1800 schnell 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 schließen also hier ganz oben haben wir den schritt erwischt perfekt so wollten wir das sehen alter turbo trading wir haben es exakt geiler mit schaut euch die kerze mal oh geil geil perfekter einstieg und perfekter ausstieg ich habe einfach nur auf diesen pfeil hier gewartet plus kraft indikator schön einstieg gefunden alles hat gepasst so ich muss jetzt hier erstmal wieder runter kommen groß steigt nicht steigt sondern sinkt auch schon wieder wir sind genau hier unten rein und oben haben wir die verkauft das muss man sich noch auf die zunge zergehen lassen unten den einstiegs moment und das ging so schnell werden auch unser kostet erreicht pivot punkt und oben genau richtig verkauft so muss das laufen wenn du das dann vielleicht auch er möchte ist das bekommst du auf train punkt de schrägstrich bullpower template ich gehe hier mal rauf und oben unter bullpower template bekommst du dieses template kostenfrei über eine brokeranmeldung bei pepperstone dann klickst du hier und meldest dich bei pepperstone an und dann kannst du hier auch im metatrader 5 von pepperstone mit dem template handeln